Wie groß ist der Umfang der schattierten Fläche mit einer Genauigkeit von einem Zehntel? Der Umfang dieser grauen Fläche besteht aus dieser Quadratseite 10 und aus diesen zwei Viertelkreisbögen, die zusammen einen Halbkreis bilden. Die Länge von diesem Halbkreis, das ist Pi mal Radius, also Pi mal 5. Somit schlossen wir auf 10 plus 15,70 und das macht 25,7. Also ist A die richtige Antwort. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathe-Olympiade beantworten.